Das Licht läuft, der Rest ist auch gut, Kamera, Mikrofon natürlich auch, das ist da mein Broadcast-Radio-Mikrofon im Homeoffice. Ich leite heute einen Radiokurs, einen zweitägigen Moderationskurs zum Thema «Wie werde ich zur Marke?». Wie können sich also Moderatorinnen und Moderatoren positionieren? Ähnliche Themen haben wir ja in der Wirtschaft und mit Spitzenpolitiker. Parallel läuft ganz viel heute auch ein zweitägiger Kurs, der zweite Tag mit unserem Social-Video-Experten Michael Fröhlich. Der ist bei einem Modul und die Leute ausbildet, Teilnehmerinnen, Teilnehmer der HSG, der Universität St. Gallen. Ja, es ist extrem viel los. Oder beispielsweise hat es gerade letztes Interview gegeben für das Wirtschaftsmagazin «Bilanz», dort nicht im Bereich Moderation oder Social-Video, sondern ganz generell Social-Media. Der Artikel, dort geht es darum, wie Schweizer Firmen online in den sozialen Medien kommunizieren. Wie machen die das? Gerade mit dem Kunden. Und da muss jetzt ein Umdenken stattfinden. Das ist mein Tipp für diesen Videoblog, für den 200. Show. Wow, Jubiläum. Mein Tipp ist, wegzukommen vom Marketing-Gedanken. Weg von «Die Firma redet mit den Leuten in den sozialen Medien». «Die Firma redet nämlich gar nicht. Die Firma ist nur ein Konstrukt, ein Logo». «Social Media», «Social», «Sozial» bedeutet gute Kommunikation, ist von «Mensch zu Mensch» und nicht «Logo zu Mensch», «Brand zu Mensch». Der aktuelle beste Beweis ist der Bill Gates. Viel, viel mehr Leute, Millionen mehr folgen einem privaten Profil von Bill Gates auf LinkedIn, anstatt einem Microsoft-Unternehmensprofil auf LinkedIn. Also die Leute folgen Personen und nicht Brands. Natürlich ist jetzt der Bill Gates jetzt ein prominentes Beispiel, das ist mir völlig bewusst. Sie und ich sind das in der Tendenz nicht oder überhaupt nicht. Trotzdem, es ist genau der gleiche Aspekt in Social Media. Die Leute folgen Persönlichkeiten. Reden Sie also als Mensch, Stellvertretung für die Unternehmung, aber reden Sie als Mensch in den sozialen Medien und kommen Sie weg vom Marketing-Gedanken. Von Mensch zu Mensch. Wenn Sie Hilfe brauchen, Unterstützung bei einer guten Social Media Strategie. Wenn Sie wissen wollen, wie die relevanten Kanäle funktionieren und jedes FF-Einstellungs-Dingsbums und natürlich wie Sie gutes Videomaterial, Fotomaterial oder gelungenen Text machen, wir bilden Sie gerne aus. Schönen Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.